Willkommen liebe Leute zu einem neuen Livestream, ja abends Global Test Feier habe ich das noch angekündigt, kommt jetzt im Stream ein bisschen zu dritt, spielen das, das wird nice, Und wer ist er, wer ist er? Ich? Ja ihr beide spielt, der eine spielt mit dem und der andere spielt mit dem, du darfst die zuerst und du die hier, also diesen hier, ich schaue mal ob man mich hört, tu den Chat betreiben, kümmern wir uns um eure Fragen und steht dummlos in der Gegend herum. So, freut ihr euch auf ARMS? Also, ich erkläre gleich einiges was ARMS überhaupt ist und so weiter, nur jetzt mal eine erste Frage, freut ihr euch dann auf ARMS? Soll ich drücken? Okay. Ähm, ja und zwar zwei Spieler. So, da könnt ihr wählen zwischen Standardkampf, PSU Grand Prix, lol das wusste ich noch gar nicht. Ne, das kann man, in der Demo kann man nur Standardkampf. Ja, aber das wird man dann halt können, wenn nicht mehr Demo ist. Du machst Gamer Cards bitte? Ich? Ja. Du willst Gamer Cards? Nichts machen, lass mal so. Ich bin Gamer Cards. So, und dann dürft ihr euch als Charakter aussuchen, der ist ganz cool, dieser, der da. Der, äh, Hund mit dem Essen gespielt, den kann ich empfehlen. Der ist cool. Oh, also das ist das, was ich jetzt sagen kann. Was hat der gibt denn für ARMS? Siehst du doch links? Ach Gott, das ist jetzt bei TUN Livestream, ich müsste das jetzt streamen jetzt umgegangen. Ja, ich hab diesen Schwabbeltypen, wunderbar. Also ich hab schon mal, ähm, jemand anderen gesehen und dann sah ich... So, also ich spiele ARMS nicht mehr TUN. Ich bin der, der sieht ganz neu aus. Boah, ich bin ja auch. Ninjara. Auch wenn er ein bisschen auf sich mit ihm wird. Hä? Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht. Hui, ich hab ja was gemeinsam. Also es wichtig, Leute, wir spielen ARMS nicht mehr TUN. Äh, hä? Ich werd das jetzt auch mal ausbessern. Hä? Sind wir in einem Team? Sind wir in einem Team? Ja, wir können jetzt was zu spielen. Was? Ihr müsst auch reden. Ah, guck mal. Äh, wo bin ich? Guck mal, wie du lange gedrückt hältst. Eine Taste. Bam, bam. Rede. Geh. Lauf. Hä? Achso, wir können nicht laufen. Los, wir spielen Volleyball. Checkst du's nicht? Nein, ich hab auch keine bessere Einführung bekommen in das Ganze. Ah, stirb. Es gab keine bessere Einführung in diesen... Los, Muskelbrotts. Pauli, tic. Doch, wir können uns doch bewegen. Hui. Ja, wir haben gewonnen. Hä, wer bin ich? Ich check's nicht. Wer bin ich? Keine Ahnung, wer du bist. Ich bin bei den Gegnern, aber... Noo, ich bin einfach der Hau. Hallo, das Problem ist, ich hab ja keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann hier nicht spielen, hä? Okay, ich weiß nicht, vielleicht bin ich grad bei den Gegnern. Nein, du bist doch mehr neben mir, oder? Hä, ich bin niemand. Ich spiele grade eben scheinbar nicht mit. Ja, lois. Au. Scheiße. 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 Ja, irgendwie hab ich grad nichts gemacht. Hui. Gleich da. Niemand. Ähm. Hui. Ja, irgendwie hab ich nicht mitgespielt. Ähm. 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 Hä? Ich... Nein. Wer bin ich denn jetzt? Du bist Gamer-Cowatt. Ja. Du bist der komische andere Junge. Ja, aber das Problem... Keine Ahnung, ja. Ich hab auch keine Ahnung, wo du bist. Ich bin Ninja, aber wie kann ich... Jetzt. Du musst auch L&R drücken. Drück L&R. Drück! L&R. L&R. Alter. Okay. Wundert euch nicht. Ich hab keinen Plan von der Steuerung. Ich weiß nur, dass man... Ey, verpassen wir doch keine von hinten! Ich? Ja, du! Ich weiß nur, dass man coole Sachen machen kann, so wie andere Leute verkloppen. Hä? Wie kann man dieses... Wie kann man greifen? Mit... Ey, du musst deine Ulti zünden, hab ich gehört. Ja! Hau Hause. Ughh! Ich muss ein bisschen lauter reden. Ja hallo? Ich geb euch dem Gras. …ohhhh. Also Leute ich bearbeite sind Quand Corp. Das wir arm spielen… Der gibt mir richtig auf die Fresse… und ich geb ihr ja ich weiß nicht wie man blocken gewonnen haben gewonnen ich habe keine ahnung wie die steuerung geht aber die steuerung wurde nicht genauer erklärt was stimmt bei uns nicht die ganze zeit ja das war aber auch so ich war mit 64 war mein du bist ja ich bin auch gegen zwei typen die miteinander kommunizieren okay also ich nehme wieder der hat mich das ist mir bewusst du hast auch so ein vogel gibt es nicht und er gibt mir gerade richtig ich habe ich auch ich kann nicht schlagen was zuhörer alter was stimmt denn hier nicht jungen was ist mit dem los ich kann nicht schlagen wir müssen sie da raushauen au nein der gibt noch die kreppe sorry für die ausrucksweise wir schocken doch verbündete am boden ja du hast mich auf den boden gehauen alter was stimmt denn bei mir genau was ist denn mit denen los chillt doch mal ich habe kein ich habe nicht mal ins gesicht also leute aktualisiert mal das video dann seht ihr auch dass der richtige titel eingeblendet wird in dem fall nämlich alles abends glaube test fans was das ja ist dem jetzt quasi live streamen ist nachher noch als videos bearbeiten werden das wichtig wisst ihr ja schon die beiden hier spiel mit als haben sie alle schon gesagt auch wirklich ein kommen die ganze zeit die sagen dass leute fertig machen was die was eigentlich nicht machen wir aber es ein einziger ist nein was das ist ja das problem wieso es bringen wir dann zwei klingen die kann doch gar nicht die schläge steuern ja ja das kann was ist denn bei dem los gibt ihm die üben ja natürlich er das ist die frage der schlag herr ist alles was ist bei dem los vieler sehen weil man ein bisschen lauter reden was machst du denn der ist im falschen spiel wir machen globetest kann schon ich glaube test feier von splatoon jung was ist mit dem los das beschreiben die die hat der spiel zu viel der spiel zu viel armes ja eigentlich ging aber es ging exakt den habe ich auch schon heute vormittag gespielt alter ich habe mal gesiegt aber trotzdem mit dem namen worte ja mit diesem dubbel grün ja aber der typ hinter dem namen ich hab's aktualisieren glaubt es kommen aber es ist so ich habe meine ausrüstung ich habe auf der rechten seite die drei jahre drücken drückt ich hab gehört um alle angeht aber wir werden die kombos normal ich hab gehört nicht nur auch ja hallo an mastercats ja hier ist jeden arms das ist das angekündigte spiel was am 18 juniors heilen wird das ist eine global test feier also mit der globale testpunt sorry also das kann man mit dem global testpunt vergleichen von der switz die es hier zu spät und zwei gab kann man da vielleicht mit vergleichen ja was ist denn mit mir los ich habe ich habe keine ahnung wie man diese dämlichen ultis zündet beide rasiert ich habe keine ahnung über die und hier einsetzt ja wir haben jetzt auch mal gewonnen man glaubt es nicht mehr haben wir gewinnen dauernd wir haben nur gerade gegen leuphiräuzer verloren gerade meine kommentare wie abends findet aber ich finde das wirklich nicht es geht ohne lange wartes halten die server sind so geil es geht ohne wartes halten das server-menü sieht fresh aus also ich bin erst entzückt von abends muss ich sagen ja daumen hoch also ich muss ja jetzt aber ich weiß wie jetzt wieder modus geht der sind ja diese dreier dinge richtig krass ich hab so ein scheiß vogel jungen ja du hast den vogel global testpunt nein vogel vogel rette den ball rette den ball vogel sei ein brauer vogel ja ich kann ein vogel abschießen wie geil ist das alles klar so viel das hat bei uns jetzt besser vielleicht auch nächstes raten und garantiert ja wollte dass wir den zweier uns dort auch gleich zu nehmen oder sagen wir da das aufnehmen reist ganz meine kommentare aufnehmen oder live stream den zweier nachts lot was gibt es jeden fall ich sage ich nur wollte den in aufgenommener weise sehen oder in live streamen hier sind wir haben gewonnen wir haben gewonnen ja wirste mann einfach neben der rechten okay so und jetzt muss der jetzt darf der liebe da sind weiter zocken vielleicht ein paar messe es hat keine ahnung ist jetzt gerade so die funktion Und ja, sagt doch mal, ihr als aktiver Arms-Spieler, wie findet ihr Arms? Robin, deine Meinung? Also, ja, ähm, es ist irgendwie nur schlagen. Ich bin nämlich direkt. Ähm, man sitzt da raus. Äh, äh, gut, jetzt spielt man nur der Samuel, also, ja, ähm, ich finde Arms ist, also ich dachte am Anfang ja, dass das scheiße ist, ich hab's jetzt auch nur 10 Minuten sehr gespielt, aber ich muss sagen, dass es auf jeden Fall, ja, ja, viel besser finden, als, äh, ich dachte am Anfang, dass es ja jetzt nicht so was Großes ist und nicht so was Erfolgreiches wird und so, aber jetzt halt, sieht's eigentlich sehr unvergleichbar aus, ja, und ich glaub, dass es ein guter Erfolg werden könnte und du musst da drin bleiben, dann einfach zum Leben zu, ja, 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 die kriegen ja unverfügbar. Ah, ich komm mal, ob ich zweigarten Beine, nein, 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 das ist aber nicht dauernd. Der Fett ist nicht, ja, 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 unser Typ, alles klar. Ja, das sind ja diese vierten Beine. Und jetzt bist du beide, oder? Nee, nee, jetzt hab ich nur ehrlich gesagt. Und du? Fast nix. Du musst diese Dreierklau nehmen. Nee, die Dreierklau sind nice. Ich hab auch die Dreierklau. Okay, ja, ich guck mal. Vielleicht spielen wir gegen die Liebherrung. So, vielleicht hat man uns jetzt besser, ist wie gesagt, jetzt die Karte immer so von Sachen. Ich hoffe nicht, können wir dieses Mal wieder als Team spielen. Nein, das ist nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, spiel ich. Ja, alles klar, dass wir so ein Typ mit 40 Punkten. Gut. Wir haben eine reelle Chance. Ja. Nimm die Dreierklau, nimm die Dreierklau. 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 Die da? Ja. Und dann würfst du mal so drei Dinge auf einmal abjungen. Ich kenne dich schon. Ich hab die auf der einen. Das ist wie mein Feueromatik. Hui. Oh, er hat mir keine gute Reichweite. Er benutzt die Bomben. Okay, und ich bin zu dumm, um ihn zu treffen, hab ich gehört. Hab ich gehört? Hab ich auch gesehen? Wusstest du das? Hallo? Ja, nein, schnell. Was ist mit dem? Definitiv. Lo, lo, lo. Was ist ganz fair? Sieg! Sieg! Easy! Er wurde durch deine chinesischen Kräfte. Chinesische? Äh, zumme Leid, telepathische. Ich hab chinesische Kräfte, habt ihr gehört? Chinesische Kräfte? Telepathisch, chinesische Kräfte. Ja, das ging ganz schnell. Doch deine telepathischen Kräfte. Okay. Hat man das nicht Kinetik genannt? Nee. Hallo, du musst drücken. Oh, no, 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 no! Sieg! Wir explodieren regelrecht und wir sind online. Äh, du musst deine Wälder jetzt? Ich hab schon gesagt. Ich hab schon gesagt. Das ist eine gute Idee. Ich habe schon gesagt. Äh, du musst deine Wälder jetzt nicht wahr?